Alles nur gestellt, Kanzlergespräch und los. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Genau so läuft der Laden. Propaganda ist eines der ältesten Stilmittel der Politik, um die breiten Massen zu beeinflussen, zu lenken und natürlich zu manipulieren. Wenn Leute immer noch daran glauben, dass es in Deutschland keine Propaganda gibt, so die sind lost, also sorry, aber die sind noch lange nicht irgendwie hier. Weißt du, die sind irgendwo, aber nicht hier. Und ich kam hier mal zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Weil du einen Fick darauf gibst, weil schön deine Gas-Strom-Rechnungen bezahlt werden vom Staat, von uns. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe zu euch, zu euch zu Hause, na man, habe ich schon zweimal gemacht diesen Fehler. Zu euch zu Hause. Ich hoffe bei euch zu Hause, ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar gehen wir heute in die erste Reaction rein, welche heißt, alles nur gestellt, Kanzlergespräch. Ich glaube, es ist ein wildes Video von Dings hier mal wieder, von Marc Friedrich, auch ein sympathischer Dude. Und ja, man, ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Wir gehen direkt rein. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen. Da wäre ich euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Support it in. Support ist kein Mord, meine lieben Freunde. Kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Link natürlich unten in der Beschreibung. Und ansonsten der letzte Hinweis, den ich euch geben möchte, ist, dass unten in der Beschreibung auch der Discord verlinkt ist. Und in dem Discord, ja, da könnt ihr eure Videovorschläge reinhauen. Und dann werden wir eventuell mal auf ein Video, was dich interessiert, wo du sagst, oh geil, Digga, da hätte ich gerne mal Lovelock seine Reaction drauf. Werde ich eventuell mal drauf reagieren. Und jetzt gehen wir rein ins Video Liebe. Und los. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zitat, Bro. Genau so läuft der Laden. Das hat Walter Ulbricht gesagt. Und das scheint wohl auch das Motto der Kanzlergespräche gewesen zu sein. Denn vieles wurde, ja, fabriziert, wurde wahrscheinlich bewusst gelenkt, um den Kanzler in einem guten Licht dastehen zu lassen. Kanzlergespräche, ich weiß gar nicht, was er damit genau meint. Kanzlergespräche. Aber ich bin gespannt. Werden wir veräppelt oder auf gut Deutsch verarscht? Veräppelt habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Äppel it in, man. Die Eppi-Vibes, Bro. Wir sind gerade ein mediales Potempschkes Dorf, um uns an der Nase herumzuführen, um uns zu... Was war denn das schon wieder für ein Wort? Potempschkes Dorf? Bro, du schmeißt hier mit Begriffen um dich? Crazy. ...pulieren und einzulullen. All das heute in einer neuen spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner von... Servus Marc. Mein Moderator auf Twitcher ist auch Marc übrigens. Namensvetter, wie ist es? ...Persicherung. Propaganda ist eines der ältesten Stilmittel der Politik, um die breiten Massen zu beeinflussen, zu lenken und natürlich zu manipulieren. Wenn du denkst, dass es bei uns, weil wir so fortgeschritten und zivilisiert sind, anders ist und wir in einer transparenten Demokratie leben, muss ich dich leider enttäuschen. Die Corona-Zeit... Gut gesagt, Bro. Ich glaube, jedes Land hat seine Propaganda, vor allen Dingen, wenn Krisen am Start sind. Weil die natürlich wollen, dass die Gesellschaft auf der Seite ist von den politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Und deswegen müssen sie Medien beeinflussen, damit die eine gewisse Seite der Medaille pushen einfach. Damit ein Großteil der Bevölkerung halt auch hinter dem steht, was die Politik entscheidet. So hat man in der Corona-Zeit auch gut gesehen. Und ich glaube, dass es halt, wenn Leute immer noch daran glauben, dass es in Deutschland keine Propaganda gibt, so die sind lost, also sorry, aber die sind noch lange nicht irgendwie hier. Weißt du, die sind irgendwo, aber nicht hier. ...die ist doch schon deutlich gezeigt. Wir alle werden sterben. Nur ein kurzer Lockdown. Nur noch dieses eine Mal. Nur noch bis Weihnachten. Nur noch bis Ostern. Nur bis zu deinem Geburtstag oder bis zu deiner Beschneidung. Mit dem Impfstoff erhalten wir unser altes Leben zurück. Es ist doch nur ein Pieks. Ach, nur ein zweiter Pieks. Und das ist auch immer, das hat sich auch immer mehr zugespitzt. Es ist ja mittlerweile so, dass wirklich alle, fast nur noch eine Seite, immer berichten. Und wenn du sobald du nur ansatzweise einen Gedanken äußerst, der vielleicht nicht aktuelles Narrativ ist, dann wirst du sofort gecancelt, wirst sofort beleidigt und findest nicht mehr statt im Mainstream. Sicher. Er schützt 100% vor Ansteckung. 95%. Ja, okay, 78%. Aber keine Sorge, er ist absolut nebenwirkungsfrei. Und man schützt ja immerhin die vulnerablen Gruppen und die Älteren. Und als auch dieses Narrativ zusammenbrach, dann war es natürlich der Schutz vor einem schlimmen Verlauf. Und natürlich immer noch garantiert ohne Nebenwirkungen. Pustekuchen, wir alle wissen jetzt, das war leider unwahr. Aber hey, wie wurden wir alle durch die Politik, durch die Medien, ja bewusst wahrscheinlich sogar manipuliert und in die falsche Richtung gelenkt. Wie jetzt bekannt wurde, sind ja Millionen an Geldern für Kommunikation vom Staat, von der Bundesregierung an die Medien geleitet worden. Wer hätte gedacht, dass der Clown Hirschhausen oder der Erklärbär Harald Lesch oder auch diese Dame hier, die Hyali-Diali-Hessen, dass die eigentlich vom Staat gesponsert werden, um dann das Narrativ in die breite Masse zu tragen. Weil hey, Oma Erna vertraut denen. Was in der Tagesschau kommt oder im ZDF, das ist Gesetz. Und das letzte Beispiel an Manipulation oder beziehungsweise dieser Farce war das Kanzlergespräch mit dem Es-gibt-keine-roten-Linien-Kanzler-Olaf-Scholz-in-Bendorf. 500 Menschen hatten sich bei der Rhein-Zeitung beworben und 165 wurden auserwählt. Aber lasst uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Nachdem sein letzter Versuch, Bürgernähe zu demonstrieren, mächtig in die Hose ging, sollte es dieses Mal kontrollierter wohl ablaufen. Damals kam es beim vierten Kanzlergespräch im niedersächsischen Gifhorn zu einer Ach nee, Gifhorn, Digga, das ist ganz in der Nähe, da wo meine Großeltern wohnen und da wo ich auch war in der Waldhütte, die ging, krass. Gifhorn it in, man, Alter. Bin jetzt gespannt. ... sagen PR-Plamage sondergleichen, als er nämlich einen verzweifelten Bäcker... Das haben wir uns ja schon mal auch reingezogen, inwiefern so die, gerade die öffentlichen, äh, gerade die, die hier, die, wie nennt man die nochmal, ARD, ZDF und so. Also, öffentlich-rechtlich, öffentlich-rechtlich, ne? Dass die gesponsert sind von den Regierungen, ja, ist halt so, ne? Und es sind auch teilweise schon Beweise raus, man hat ja viel vermutet und so, aber teilweise gibt es ja dafür auch schon jetzt Belege. De facto auslachte hier der Beitrag. Leute, ich kam hier mal zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da habe ich, wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Der hatte nämlich, äh... Scheiße, Digga, der Typ gibt mir auch ganz komische Vibes, sag ich dir, so wie es ist, ne? Der macht immer einen so auf, ähm, ähm, süß so. Und erzählt aber voll die kranke Scheiße. Auf Empfehlung hin, auf einen Gasofen umgestellt. Ja. Und da lachte er einfach einen Bürger, einen Wähler aus. Und das ist natürlich eine Hybris und eine... Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Bruder, was geht da ab, Bro? Wenn ich da gewesen wäre, ich hätte den Laden auseinandergenommen. What the fuck? I like that. Da wusste ich gar nicht, ob ich jetzt lachen soll oder wie traurig ich gucken soll, Bro. Weil du einen Fick darauf gibst. Weil schön deine Gasstromrechnungen bezahlt werden vom Staat, von uns. Kinders, ey, da werd sogar ich noch emotional, ne? ... die einem Kanzler nicht steht. Und das sollte sich natürlich auf gar keinen Fall wiederholen. Da unser Kanzler aber sein Herz auf der Zunge trägt, mussten wohl, ja, Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Und siehe da, in der neuesten Auflage des Du auf Du mit Olaf schummelten sich unerwartet, vielleicht durch Zufall, rot-grüne Politiker ins Publikum. Du auf Du mit Olaf, Digga, aha. Die stellten ihm Fragen, die direkt eigentlich aus dem Koalitionsplan der Ampel hätten sein können. Insgesamt wurden 5 von 30 Fragen, das sind 17 Prozent, so rechnet es auf jeden Fall die Rhein-Zeitung in eifriger Selbstverteidigung vor, um natürlich diesen Makel von, ja, Manipulation irgendwie ad acta zu legen vor. Von direkten oder erweiterten Parteifreunden des Kanzlers gescheitert. So, klar, auch damals bei diesen Bundespressekonferenzen und so, ne? Bei diesen ganzen Sachen, wo dann Politiker von Presse, Medien oder so befragt werden, so. Die Jungs, die da sitzen und fragen, die sind alle gekauft. Die Fragen, die man wirklich hätte stellen sollen, die wurden nicht gestellt. Und die würden sich niemals trauen, jemanden einzuladen, wie damals zum Beispiel in KenFM. Oder andere Leute, die alternative Medien haben, so. Die würden da niemals so jemanden einladen, der so Fragen stellt, die die Leute aus der Bahn werfen könnten, so. Ist doch klar, oder, Freunde? Zufälle gibt's, man weiß es nicht. Aber lasst uns das mal doch gemeinsam anschauen. Hier mal der Zusammenschnitt der Parteifreunde mit Parteibuch. 165 zuschauende, fragende Gäste haben wir heute hier. Es haben sich über 500 bei der Rhein-Zeitung beworben, um heute hier mit dabei sein zu dürfen. Wir haben keine Ahnung, welche Fragen jetzt kommen. Dabei ist alles, wie ich schon. Ja, lustig schon mal, wie sie anfängt. Und wir haben ja keine Ahnung, welche Fragen jetzt gleich auf uns zukommen. Lol. Ist sie sich da sicher? Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Klaus Dietrich. Ich komme aus einem kleinen Städtchen in Rheinland-Pfalz. Ja, und hier der erste Klaus Dietrich, SPD-Ortsvorsitzender aus Meißenheim. Auch er trägt das rote Büchlein an dem Herzen. Ja. Herr Mannebach, mein Name ist. Das rote Büchlein, was? Und ich habe eine Frage bezüglich der Tatsache, dass wir ja dem Klimawandel entgegenstehen und schauen müssen, wie wir damit umgehen. Ja, 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 hm. Als Klimakanzler angetreten, das zu tun, was vielleicht die Vorgängerregierung nicht so gut hinbekommen hat. Jetzt gab es Ende März ein großes Treffen im Kanzleramt, weil das mit der Reduzierung der CO2... Bro, die redet so, als ob die Bundeskanzlerin... Ich schmerz dir, Bruder. Das ist doch gar keine Frage. Die sagt schon mal... ... nicht wirklich klappt, vor allen Dingen im Verkehrssektor. Der Verkehrsminister macht nicht seine Hausaufgaben, meiner Meinung nach. Was haben Sie für Ideen, um den Verkehrsminister da so ein bisschen auf seinen richtigen Weg zu führen, sodass vielleicht doch auch der Verkehrssektor CO2-Emissionen senken kann? Und diese Frage kam von Jutta Mannebach aus Koblenz, zufälligerweise Beisitzerin der Grünen... Ach nee. Die Jutta, die Jutste. Ähm, guten Abend, Herr Bun... Jutta, hey, den Mann, Alter. Kanzler... Jutti... Mein Name ist Paul Freit. Ich komme aus Uremitz, einmal direkt auf der anderen Reihenseite. Sie waren vorhin in Koblenz, da war ich auch. Was geht bei dem, Bruder? Der ist von der Juso, wa? ...was die Zukunft des Arbeitsmarktes in Deutschland betrifft. Zahlen sehen da teilweise viel, viel pessimistischer aus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ja, woher nehmen sie dann... Da hättest du jetzt WissenschaftlerInnen sein können auch, mein Jutster. ...überhaupt ihren Optimismus, dass es immer noch weiterhin der Arbeitsmarkt in Deutschland so stabil sein wird. Und dieser junge, sympathische Herr ist Paul Freit aus Uremitz. Als ob ich's geahnt hätte, meine lieben Freunde, ja? Bro, Prophezeiherin, Alter, Lovelock ist da. Juso Beisitzer. Ja, hallo, mein Name ist Tino Della, ich komme aus Kaisersäsch. Ich persönlich denke, es wäre eine gute Idee. Okay, bei ihm bin ich mir nicht genau sicher. Sag ich dir so, wie es ist. Von wo kommt der, Bruder? Steuereinnahmen zu generieren über den Verkauf von legalem Cannabis zu Genusszwecken. Warum soll es nicht wie erwogen zu geplanten lizenzierten Abgabestellen und in Verkauf in Apotheken kommen und so jährlich mehrere hundert Millionen bis Milliarden neue Steuergelder zu generieren? Und das hier war Tino Della mit seiner Frage, Kandidat für die Grünen. Mein Name ist Kim Theisen, ich bin aus Koblenz und mich wird... Tino, der Süße. ... passieren mit der Kindergrundsicherung, die vereinbart wurde. Jetzt sind aus dem Finanzministerium ein paar andere Stimmen gekommen. Wann kommt die, wann können wir damit rechnen? Und last but not least, Kim Theisen, grüne Kreissprecherin. Bro, what the fuck, Digga. Das waren jetzt nur Grüne und SPD-Leute, die da die Fragen gestellt haben. Ist das Zufall oder ist das geplant? Was sagt ihr Chat? Ich finde es ja schon der Hammer, dass ausgesuchte Bürger mit Parteibuch und ähnlicher Gesinnung gestaged Fragen stellen, die nicht kritisch waren, sondern eher wahrscheinlich eins zu eins aus der Feder des Kanzleramtes kamen. Es ist und bleibt meiner Ansicht nach ein mediales Potemschkes Dorf. Die Frage darf man zurechtstellen, werden wir denn verarscht? War die Auswahl... Was ist denn dieses Potemschke Dorf? Potemschkes Dorf? Ich habe das noch nie gehört. Tatsächlich zufällig? Gut, kann man ja sagen. Ja, sie sagt, das war alles zufällig. Ist ja nicht verboten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe doch einfach mal die Bundesregierung angefragt und hier die Antwort. Und da verweist man dann auf die Rheinzeitung, weil man mit der Einladung nichts zu tun hätte. Das hätte alles die Rheinzeitung völlig unabhängig vom Kanzleramt, von der Regierung gemacht. Tja. Klar, Digga, klar. Das kann ja auch aus Zufall einfach mal passieren. Also. Was willst du denn? Mensch, Junge, wie heißt der nochmal? Sag mal, Marc, sei doch nicht so skeptisch, Mensch. Dann schreibe ich doch mal die Rheinzeitung an. Hier die E-Mail. Die Rheinzeitung hat sich leider, obwohl sie ja Journalisten sind, bis heute nicht dazu geäußert oder gemeldet. Weißt du auch warum? Weil du ein Querdenker bist, mein Jutzer. Und um natürlich dem journalistischen Kodex gerecht zu werden, habe ich neben der Bundesregierung und der Rheinzeitung natürlich auch die Protagonisten dieses Propaganda-Videos kontaktiert, um ihnen die Chance zu geben, sich ja zu äußern. Wurden sie wirklich ausgewählt? Wurden sie vom Ortsverband ermutigt oder eher gestoßen, angeregt, dorthin zu gehen, um den Kanzler mal ein paar freundliche Fragen zu stellen? Oder war das privater Natur und so weiter, was ja nicht verboten ist. Darf man ja absolut machen. Und von den anderen 25 Fragen ist jetzt nicht bekannt natürlich, ob die vielleicht doch Mitglied sind in der einen oder anderen Partei. Insgesamt waren die Fragen wenig kritisch, wenn man sich das ganze Kanzlergespräch anschaut. Und angefragt haben wir dann noch die Jutta Mannebach von den Grünen, Kim Theissen ebenfalls von den Grünen und Paul Freit von den Jusos. Und leider hat sich bis jetzt keiner von diesen gemeldet. Leider ohne Feedback. Wobei, wartet, ein indirektes Feedback hat mich schon erreicht. Nämlich die... Da bin ich gespannt, komm. ...das hier. Dass wir von einer Einzelperson eine Datenschutzbeschwerde in Bezug auf ihre Inhalte... ...eah, YouTube Support Team. ...nämlich diesen Ausschnitt als Short auf YouTube veröffentlicht, das findet ihr hier. Und daraufhin kam am 10. Mai eine Datenschutzbeschwerde von YouTube. Lass uns mal reingucken. Hallo Marc... Hallo Marc Friedrich. Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir von einer Einzelperson eine Datenschutzbeschwerde in Bezug auf ihre Inhalte erhalten haben. Interessant. Zeitstempel des Contents, für den eine Datenschutzbeschwerde eingereicht wurde, ist 0,34 Sekunden. Lasst uns mal gemeinsam da re... 0,34, okay, lass mal raten, welcher von den Kandidaten das war... Ich würde fast tippen, der Bruder von den Jusos oder die Bundeskanzlerin da von den Grünen mit der Brille. Klicken. 165, zuschauende Frage, die Gäste haben wir heute hier. Es haben sich über 503, wo wir hier einsteigen, wir haben keine Ahnung, die Frage. Es kommen zu den Herren, die wir heute nehmt. Hallo, mein Name ist Klaus Friedrich. Ich komme aus einem kleinen Städten in meiner Pfalz. Meist, 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 meist... Das ist die mit der Brille... Nee, der Juso-Bruder. Einmal direkt auf... Digga, hab ich hier doch... Siehst du? Siehst du? Siehst du? Ich hab's gerochen, Digga. Dann rein, Salz, ja? Ah, der Paul hat sich beschwert. Also, er hat kein Problem für eine Partei öffentlich aufzutreten, anzutreten, seinen Namen in der Öffentlichkeit zu nennen, sogar woher er kommt und auf der Webseite der Bundesregierung... Ja, aber natürlich möchte er nicht, dass er in einem Video eingeblendet wird von so einem Querdenker wie dir. Na, Juts da. Mark. Bro. Ironie, ne, Freunde? Ich muss das dazu sagen, weil viele Leute verstehen das nicht. Das ist alles Ironie hier. Also, nicht alles, aber ein paar Sachen. ... auch auf YouTube zu erscheinen. Aber hier im Short hat er natürlich ein Problem damit, weil er vielleicht ertappt wurde bei seiner billigen Kampagne für Parteigenossen Olaf. Nachtigallig hörte Trapsen. Ich weiß es nicht, was denkst du? Und ja, klar, natürlich kann sich jeder bei so einem... Der hat so komische Sprichwörter, mit denen ich gar nichts anfangen kann, jetzt mit der Nachtigall gerade auch, da bin ich raus. ... öffentlichen Gespräch bewerben. Natürlich kann auch jeder hin, egal ob er dann irgendwie SPD wählt, FDP, CDU oder was auch immer. Aber es wäre schon krass und auch peinlich, vor allem für die Ortsvereine von SPD und Grüne, als auch für die Bundesregierung, wenn man hier das Fußvolk der Plakatkleber in den Ring schicken muss, damit der Olaf nicht ganz so schlecht aussieht, weil man sich vielleicht vor kritischen Fragen fürchtet. Und auch da nochmal eine Art Relativierung, ich möchte eine Brücke bauen. Natürlich ist es kein Einzelfall. Auch unsere großgeliebte und mit vielen Orten ausgezeichnete Angela Merkel, Mutti Merkel hat das getan. Die Kanzlerin im Gespräch im ZDF und zwar hier... Die Mutti! ...dehen wir in der Hand des Moderators einen Zettel mit Fotos und Namen, damit natürlich der Moderator weiß, wen er denn im Publikum aufrufen soll. Wer eine gute Frage stellt, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite... Krass, der hat die Bilder schon da am Start gehabt. Ja gut, die hätten sich vorher gemeldet, man hat die Frage ausgesucht und so weiter. Oder man hat es natürlich vorsortiert. Wenn sich auch jemand beworben hat für eine Frage, kann natürlich die Redaktion... Nee, ist doch klar, mein Bruder, dass das alles ein bisschen geplant ist. Alles so, ne? Also das ist so. Die können die ja nicht mit heftigen Fragen konfrontieren. Ja? Die können die ja nicht mit heftigen Fragen konfrontieren, weil dann werden die ins Rudern geraten und dann ist das halt keine gute Sache. So. Deswegen, dass da eine Vorsortierung stattfindet und dass gewisse Leute ausgewählt werden, die gewisse Fragen stellen sollen. Eventuell sogar die Fragen bekommen. Das ist schon klar. ...hand in Hand vielleicht mit einem... Kanzleramtssprecher, dann sagen, okay, die Frage kann sie beantworten, diese nicht. Also, es ist nichts wirklich zufällig. Ich würde mir natürlich wünschen, als überzeugter Demokrat, dass da einfach ein Querschen durch die Bevölkerung sitzt und er einfach dann im Moment just strecken kann und die Fragen stellt. Und dann kann es auch eine unangenehme... Eventuell sogar bezahlt werden. Könnte ich mir gut vorstellen. ...wenn ich mir gut vorstellen. ...wenn ich mir gut vorstellen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich mit Cum-Ex und so, Herr Scholz? Oder, wenn Sie wirklich alles vergessen, sind Sie ja noch der richtige Kandidat für den Kanzleramtssprecher. Oder, sollten wir wirklich Waffen liefern? Beziehungsweise, es gibt tausend Fragen, die man stellen könnte. War die Energiewende eigentlich eine Scheißidee oder der Atomausstieg? Also, Fragen gibt es genug, aber das möchte man wohl doch nicht in diesem... ...Fragen über Fragen. ...verscheinenden Schmierentheater der Transparenz. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass solche Zufälle passieren. Und zum Beispiel erinnern wir uns hier auch an dieses zufällige Interview im ZDF im Februar mit einer Passantin namens Marie Heidenreich. Interessanterweise eine Landtagskandidatin der Grünen, die zufällig ganz, ganz, ganz begeistert von der Verkehrsbefriedung in der Berliner Friedrichstraße berichtet. Ja, das ist crazy. Mann, was die Öffentlich-Rechtlichen alles schon durchgezogen haben, ne? Teilweise haben wir ja auch in Videos auch schon mies recherchiert, wenn ich das so sagen darf. Die haben ja wirklich teilweise auch Szenen eingeblendet, wo es um jetzt zum Beispiel um irgendeinen Konflikt oder einen Krieg ging, die gar nicht von diesem Konflikt und Krieg waren, sondern schon jahrelang im Archiv rumliegen, so. Also die haben da auch wirklich keine Grenze oder so, ne? Die machen alles, um uns zu manipulieren. Facts. Unwahrscheinlich auch wieder aufgrund von Filzfedernwirtschaft und Clan-Strukturen rein zufällig werden immer wieder Parteifreunde in Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingeladen oder zu Wort zugelassen, ohne dass die Zuseher von deren Parteibuch erfahren. Da ist ein Grüner, da ist ein SPDler. Ja, und natürlich auch der Tatterkreis Joe Biden in den USA wird geprieft. Beziehungsweise hat selber Kärtchen, wo er sagen muss, wem er die Hand schütteln muss, wohin er gucken muss, weil er einfach schon, ja, Demenz hat, Punkt aus. Kann man nicht mehr bestreiten. Der Mann ist einfach nicht mehr auf der Höhe seiner Lebens- und Strahlkraft. Ja, und Joe hat sogar dann Kärtchen von seinem Personal erhalten, wo ein Foto der Journalistin drauf ist, der Namen, sogar in Lautschrift, damit er weiß, wie man sie ausspricht und dann sogar welche Foto sie stellen wird. Und das ist wirklich Propaganda schlechthin. Walter Ulbricht würde sich freuen. Scheiße, er hat da sogar eine Lautschrift, Bro. Der würde erregt aus dem Grab rauskommen und sagen, endlich, vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Aber jetzt möchte ich noch ein kleines Schlenker machen, nämlich zu der Moderatorin, die das Kanzlergespräch moderiert hat. Das war nämlich Patricia Kühl vom SWR, vom Südwestrundfunk. Und wenn wir mal auf ihre Webseite gucken, da sehen wir ganz deutlich, man kann sie für Events buchen. Also wie unabhängig ist natürlich eine Moderatorin des Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie für so ein Gespräch wahrscheinlich Geld bekommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar tausend Euro geflossen sind. Wir wissen ja seit einigen Tagen, dass viele, viele Millionen sogar Richtung Kommunikation mit der Öffentlichkeit von Staatsseite geflossen sind. Und wie unabhängig kann Patricia Kühl natürlich in Zukunft über die Bundesregierung berichten oder über die SPD oder über Olaf Scholz? Keine Medien, von den großen Öffentlich-Rechtlichen ist keiner von denen es unabhängig ist. Und auch nicht von den Privaten, von den ganz Großen. Die sind nicht unabhängig, die werden gesteuert, hundertprozentig. Die werden mit Geldern unterstützt. Da werden Agendas rüber geliefert, die sie nach außen tragen sollen. Und das merkst du doch, merkst du doch, siehst du doch, es kann ja nicht sein, dass wenn irgendein Thema am Start ist, ob es jetzt Corona ist, ob es Waffenlieferungen an die Ukraine sind, egal was es ist, es wird immer nur ein Narrativ nach außen getragen. Daran merkst du doch, die müssen doch irgendwie alle zusammenarbeiten, wenn wirklich nur noch eine Seite der Medaille zählt und keiner da mehr irgendwie mal kritisch irgendwas berichtet. Dass sie alle in der Tasche stecken, ist doch klar, ist logisch, oder? ... praktisch eine Privatveranstaltung veranstaltet hat. Da bin ich sehr skeptisch. Ich finde, man sollte immer die Gewaltenteilung auch wirklich leben. Das heißt, die Presse ist die vierte Säule in dieser Gewaltenteilung und die sollte getrennt sein vom Staat und nicht gemeinsame Sache mit ihm machen. Auch da bin ich über deine Meinung... Der Zug ist abgefahren, Marc. ... natürlich gespannt. Wenn dir das Video jetzt schon gefällt, dann bitte lass ein Abo da und teile es kräftig, weil diese... Jetzt schon, geht doch noch drei Minuten. ... müssen raus, weil das kommt eben nicht in den Tagesthemen oder im Heute-Journal. Und wenn du informiert werden möchtest, sobald ein neues Video online geht, dann die Glocke aktivieren, neben dem Abo-Button. Empfehle mich auch gerne weiter, damit immer mehr Menschen aufwachen. Und wenn wir jetzt mal gucken, seit 2018 hat die Bundesregierung regelmäßig und üppig in die Steuersäckel reingegriffen und hat fast 900.000 Euro an öffentlich-rechtliche Medienvertreter gezahlt für Veranstaltungen. Rund 600.000 Euro gingen an Journalisten der privaten Medien. Für eine daraus hinausgehende namentliche Benennung der Journalisten und Journalisten fehlt auch die für die Öffentlichung des personenbezogenen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Datengrundschutzverordnung nötige Rechtsgrundlage. Ja, holla die Waldfee. Aber wir wissen, es war Erklärbär, Harald Lesch, es war Eckart von Hirschhausen, so wie viele Moderatoren von ARD und ZD. Harald Lesch. Und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, inwiefern Medien überhaupt noch ihre Kontrollfunktion der Politik erfüllen können. Die Unabhängigkeit von Presse und Journalisten, die die Regierungsgeld beziehen, ist meiner Ansicht nach nicht mehr gewährleistet, weil man beißt nie in die Hand, die einen füttert. Und die Hand, die gibt, ist immer über die Hand, die nimmt. Für mich ganz klar ein Interessenskonflikt-Sondergleichen. Wie zum Beispiel auch hier im ZDF-Heute-Journal erklärt eine Vertreterin von Transparency Deutschland International, warum die Organisation einen Untersuchungsausschuss im Falkreichen ablehnt. Interessanterweise ist sie aber eine ehemalige Grünen-Politikerin und im Vorstand sitzt ein ehemaliger Grünen-Politiker ebenso. Ich meine, hallo? Das hat schon ein Gschmeckle, sagt der Schwabe, oder? Also man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir tatsächlich veräppelt werden oder mindestens an der Nase herumgeführt werden. Vierte Gewalt ist jetzt Leon. Wir sind da, Bro. Aber wir sind keine Gewalt, Bruder. Allein das Wort Gewalt, Bro. Warum nennt man das so? Sind wir nicht. Wir sind die vierte Liebe, Bro. Fakt ist, wenn Geld fließt von Startseite an Pressesprecher, ist das nie ein gutes Zeichen, weil, wie gesagt, die Hand, die gibt, ist immer nur die Hand, die nimmt. Ich bin auf deine Meinung natürlich gespannt. Würde mich freuen. Unsere Meinung haben wir hier abgegeben, Majuza. Dieses Video viral geht, wenn du es kräftig postest. Viral it in, man, Alter. Ich küsse dein Herz. Danke für das Video. Gute Zusammenfassung. Haben wir mal wieder gesehen, wie die ganze Sache funktioniert hier, meine lieben Freunde. Ja. Richtig überrascht ist man auch nicht mehr wirklich bei solchen Geschichten. Aber war trotzdem interessant. Marc, ich küsse dein Herz. Mr. Friedrich. Ähm. Danke für das Video. Feier ich. Für mich ist Leon Bundeskanzler der Herzen. Boah. Krasse Statement, Bro. Dankeschön für die schönen Worte auf jeden Fall. Thank you very much. Ja, war nice. Ja, ne? Finde ich auch. Macht der Sprache. Wichtig, meine lieben Freunde. Immer darauf achten, was ihr ausspricht. Nee, schon lange nicht mehr überrascht, aber trotzdem interessant. Safe. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Max, how you feel, Bro?